Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde im Mittelalter. Wir sind bei Bridge Constructor und ja, wir kommen zur Brücke 3, damit wir hier, ja, äh, Prinz, äh, Grinsekasper hier irgendwie was bringen können. Und wir sollen dafür einmal die Brücke hier verstärken, überdachen und mindestens drei Einheiten sollen weitergekommen und wenn wir sechs schaffen, haben wir auch Gold. Gut, ja gut, dann werden wir das Ganze mal machen. Unsere Wagen und Einheiten werden von den Felskugeln der Orks erschlagen. Ihr müsst die Brücke überdachen, um unsere Leute zu schützen. Benutze dafür das Brückendach. Okay, haben wir gelernt. Das Brückendach kann gerade oder schräg gebaut werden. Es muss hoch genug über der Fahrbahn sein, damit die Einheiten darunter durchpassen. Okay, ja gut, die Brücke hier sollte ja nicht schwierig sein zu bauen. Die können wir uns eigentlich sparen, weil ich glaube, das wir trotzdem halten. So. Und dann einmal hier noch. Einmal hier. Einmal hier. So. Und jetzt kommt hier einfach nochmal eine Fahrbahn drüber. Ähm, ein Dach drüber. So. So. Und wir schauen, ob das Ganze schon langt. Okay. Also, das Ganze müssen wir hier nochmal ein bisschen verstärken. Deswegen ersetzen wir die beide hier durch. Schöne Stein... äh, schöne Schwere. Und dann auch hier. So, nächster Versuch. Einmal, zweimal. Na, das ist eben noch. Ja, das sieht da alles gut. Oh, sehr schön. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, 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 sechsmal. Oh, die Brücke. Okay. Also, die stürzt oben ein. Aber, ja. Unsere sechs Einheiten sind durchgekommen. Äh, wir hätten natürlich hier in der Mitte auch noch ein bisschen stärker oder stärker an der Seite machen können. Aber es hat gelangt. Das war Brücke Nummer drei. Und wir kommen hier zur netten Prinzessin. Ähm, ja. Aber die besuchen wir dann erst morgen bei einer neuen Runde hier bei Bridge Constructor Mittelalter. Bis dann. Ciao.